Schauen wir mal hin, warum sind die Fische so unglaublich geheimnisvoll? Herzlich willkommen zur Individuation im Zeichen der Fische. Mein Name ist Alexander Gottwald und auf dieser Reise werde ich dir zeigen, wie die Selbstwerdung im Zusammenhang mit den Fischen sich zeigen kann. Und wenn du gleich mitmachen willst, dann schau einfach direkt, ob in deinem Horoskop Punkte deines Individuationstrigons im Zeichen der Fische liegen. Und um das direkt anzugehen, hol dir einfach gleich meinen kostenlosen dreiteiligen Videokurs und berechne und zeichne kostenlos, völlig gratis, dein Individuationstrigon. In diesem Videokurs zeige ich dir, wie du mit Software, die du nicht kaufen musst, sondern die du gratis im Internet findest, dein Horoskop berechnen kannst. Und nach den Parametern der Sternenstaubastrologie dann eben auch dein Individuationstrigon erkennst und auch einzeichnen kannst. Eine ganz zentrale Eigenschaft der Fische ist, dass sie diese eitle Selbsttäuschung, mit der wir manchmal Dinge für völlig klar oder eindeutig halten, zersetzen. Warum? Das wird im weiteren Verlauf auch noch deutlich werden. Und die Fische gehören zu einem Zentrum in uns Menschen, wo wir Antworten auf dem Weg der Individuation erhalten, wenn wir uns entsprechend vorbereitet haben. Jetzt fragst du dich vielleicht erstmal, was ist das denn eigentlich, diese Individuation? Nach meiner Erfahrung ist Individuation, also die Selbstwerdung, das zu werden, was wir wirklich sind, das ist das wahre Ziel des Menschseins. Es hat also nicht der gewonnen, der am Ende am meisten Geld auf dem Konto hat oder die meisten Autos oder die meisten Bücher gelesen hat oder die meisten Sexualpartner hatte. Nein, das wahre Ziel des Menschseins ist, zu werden, was du bist. Und ganz wichtig dabei ist auch zu verstehen, dass Individuation nicht bedeutet, sein Ego zu verfeinern. Ja, es geht nicht darum zu sagen, ja, jetzt lerne ich nochmal ein bisschen Chinesisch oder ich lerne Aquarellmalerei und das dient meiner Individuation. Ja, diese Art von Eklektizismus dient nur dazu, eben das Ego zu verfeinern und sich selbst das Gefühl zu vermitteln, man sei auf dem Weg. Aber in Wirklichkeit lenkt man sich nur ab und dient eben dem, was wir da auch in der sich bewegenden Grafik sehen. Tatsächlich heißt Individuation, unser wahres Selbst zu erkennen und zu verwirklichen. Und dieses wahre Selbst könnte sich als etwas ganz anderes herausstellen, als es eben der Verstand und unsere falsche Persönlichkeit vorher erwartet hätten. Bei der Individuation geht es darum, dass wir uns in den drei Selbsten des Menschen verwirklichen. Ja, diese energetische Anatomie der drei Selbste ist uralt, ist so alt wie Lemuria, ist heute noch in Hawaii zu finden, in Überresten, ja, in dem, was sich dort Huna nennt. Ja, und da gibt es also ein mittleres Selbst, da sehen wir also auch, dass sich das über Herz und Solarplexus auch im Körper ausdrückt. Dann haben wir ein unteres Selbst, das die Zentren Sakral und Wurzel kontrolliert. Und es gibt ein hohes Selbst, das sich über die Zentren Stirn und Kehle ausdrückt. Und die Einladung ist eben in der Selbstwerdung, dass unser wahres Selbst alle diese sechs genannten Zentren nutzen darf. Und diese drei Selbste bilden sich eben auch ab im Horoskop, wie es sich mir nach den Parametern der Sternenstaub-Astrologie seit vielen Jahren offenbart. Diese drei Punkte, die du da siehst, dieser gelbe, der rote und der blaue Pfeil, das sind die Eintrittspunkte in diese drei Selbste. Und diese Individuation ist das Herz der Sternenstaub-Astrologie, ist das Herz dessen, was ich astrologisch mache. Daraus ergibt sich auch das, was ich Sternenstrategie nenne. Es ist also kein Ego-Trip, sondern der Ansatz, dem wahren Selbst bei seiner Verwirklichung nicht nur nicht im Wege zu stehen, sondern auch nach Kräften dazu beizutragen, dass es sich durch uns verwirklichen kann. Und wichtig dabei ist zu sehen, dass die schöpferische Richtung, in der Drehung und Bewegung im Universum stattfindet, in der sich also auch Liebe ausdrückt, immer nach rechts geht. Wir haben hier also eine Rechtsdrehung. Ja, und auch die Präzession, also die Drehbewegung der Tierkreiszeichen, also die reale Position der Tierkreiszeichen im Verhältnis zur Erde, finden wir in einer Rechtsdrehung. Ja, wir sehen also auch hier, geht diese schöpferische Bewegung in eine Rechtsdrehung. Und genauso funktioniert die Individuation, also die Selbstwertung immer in einer Rechtsdrehung. Denn nur, wenn wir vom mittleren Selbst zum unteren Selbst gehen, also diese Bewegung nachvollziehen, die dieser gelbe Pfeil anzeigt, und dann auch durch das untere Selbst gehen, was wir in dem roten Pfeil sehen, der mit Nummer 2 bezeichnet ist, nur dann kann die Energie überhaupt in die Zentren des Hohen Selbst aufsteigen. Nur auf diese Weise kommen wir dann auch mit dem Wirklichen in Kontakt, sodass Selbstwertung auch tatsächlich stattfinden kann. Und im Gegensatz dazu erkennen wir, dass alles, was zerfällt, unweigerlich nach links dreht. Angst und Tod haben immer etwas mit Linksdrehung zu tun. Und wir leben auf einem Planeten, der nach links dreht. Und jetzt schauen wir an, was auf dieser Erde dominiert. Ja, ist das ein Planet der Liebe oder ist das eher ein Planet der Angst? Ja, und genau so funktioniert dann auch die Entselbstung des Menschen in der Linksdrehung. Ja, wie sie in der alten Astrologie auch angezeigt wird, wo es nur darum geht, sich möglichst durchzusetzen und stärker, schneller, brutaler zu sein als andere. So funktioniert die Entselbstung, die Exdividuation des Menschen, Wie ich eben schon gesagt hatte, die schöpferische Drehrichtung im Universum zeigt immer nach rechts. Liebe führt uns immer in die Rechtsdrehung. Ja, und auch die Präzession der Tierkreiszeichen findet in einer Rechtsdrehung statt. Ja, wenn wir also vom Fische ins Wassermann-Zeitalter gelangen, dann ist das eine Rechtsdrehung, die wir da erleben. Und wir finden es eben auch im persönlichen Horoskop, in unserem Individuationstrigon, dass die Verbindung der drei Selbste in dieser uralten energetischen Anatomie immer in einer Rechtsdrehung abläuft. Ja, und heute wollen wir uns eben hier anschauen, wie diese Selbstwerdung, wie diese Individuation im Zusammenhang mit dem Zeichen Fische abläuft. Lass uns einfach erstmal hinschauen, welcher Planet beherrscht wohl die Fische. Und dazu ein Tipp, vergiss einfach mal, was sich zeitgenössische Astrologen im 20. Jahrhundert ausgedacht haben. Genau, es ist nämlich nicht Neptun. Diese Einbeziehung der ab 1781 neu entdeckten äußeren Planeten als Zeichenherrscher ist letztlich erst im 20. Jahrhundert so richtig populär geworden. Und das hat der Astrologie nicht gut getan. Und auch nicht der geistigen Entwicklung der Menschheit. Ja, wir sehen also, hier gibt es eine Symmetrie. Ja, und da finden wir zweimal den Jupiter. Einmal, wie wir das auch schon kennen, wenn wir mal ein bisschen uns mit Astrologie beschäftigt haben, im Schützen. Aber das ist der nach außen gerichtete, extrovertierte Jupiter. Ja, aber es gibt auch einen nach innen gerichteten Jupiter. und der wirkt traditionell im Zeichen der Fische. Ja, wir haben also hier den Jupiter in seiner introvertierten Ausprägung als Herrscher der Fische. Und wie wirkt nun der Jupiter in dieser introvertierten Form? Er wirkt auflösend. Es ist zum Beispiel sehr interessant, dass in Todeshoroskopen immer wieder Jupiter eine sehr zentrale Rolle spielt. Ja, nicht etwa Saturn, wie viele vielleicht erwarten würden, oder Pluto. Nein, Jupiter ist ganz oft an Todesmomenten zentral beteiligt. Dieser introvertierte Jupiter wirkt auch extrem desillusionierend. Ja, man kennt all diese eitlen Selbstbeweihräucherungen und man schaut dahinter. Zugleich erlebt man auf die Welt als brutal, als überfordernd, als ja, eben kaum zu ertragen, was eine Sehnsucht nach dem Tod auslöst. Dann wirkt dieser introvertierte Jupiter natürlich auch extrem geheimnisvoll. Ja, man weiß nie so ganz genau, woran ist man da? Weil eben so vieles sich auflöst. Und warum sich hier auch so vieles auflöst, werden wir auch gleich noch ganz konkret erkennen. Ja, dieser introvertierte Jupiter erkennt verschiedene Wahrheiten und sie sind eigentlich immer nur momentan. Es ist eben nicht wie der Schütze, der diese in diesem extrovertierten Jupiter ja, diese große Wahrheit hat. Nein, in den Fischen sind es verschiedene Wahrheiten und keine davon ist absolut. Ja, sie kommen und sie gehen auch wieder und was den Fischen auch oft gemein ist, ist ein großer Pessimismus, also mit diesem introvertierten Jupiter. Also keineswegs ist Jupiter grundsätzlich optimistisch, wie das eben eben aufgrund dieser alleinigen Zuordnung zum Schützen angedichtet wird. Es ist dann auch ein großer Pessimismus, kann auch eine große Sehnsucht sein nach dem Untergang, nach dem Vergehen, nach der Auflösung. Und dieser Pessimismus hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass dieser introvertierte Jupiter auch ein wenig an den Menschen verzweifelt. Es ist ja manchmal so erlebt, als ob sie einfach nichts begreifen und dadurch auch immer wieder ihm nur Schmerz erzeugen. Ja, lasst uns also mal hinschauen, warum sind die Fische so geheimnisvoll wie Salome hier in ihrem Schleiertanz. Ja, die Fische sind extrem empfindsam und haben dadurch oft auch eine Verbindung zu jenseitigen und abseitigen Themen und auch Energien, also auch astralen Energien, die viele Menschen einfach überhaupt nicht wahrnehmen, sie aber extrem. Ja, wenn wir jetzt hinschauen, wo erleben wir die Fische im Jahreskreis. Ja, es ist die Zeit des ersten Tauwetters. Der Winter geht langsam zu Ende. Die Fische sind ein bewegliches Wasserzeichen und in den beweglichen Zeichen endet immer eine Jahreszeit und in den Fischen endet der Winter. Das heißt, wir haben hier das Tauwetter und dann gefriert es wieder. Dann taut es wieder. Dann gefriert es wieder. Das heißt, wir haben immer wieder Formen, diese Teilwahrheiten und die lösen sich wieder auf. Das heißt, wann immer auch die Fische glauben, jetzt habe ich was Konkretes, das bleibt mir jetzt erhalten, es ist oft, dass es sich auch wieder auflöst. Also eine Täuschung und die Täuschung liegt immer darin, es wird noch mal fest, es friert noch mal. Auch wie der See, der noch mal zufriert und dann ist er aber zu dünn und man bricht ein. Und immer wieder diese Auflösung. Das heißt also, das Fischethema kann am besten auch entspannt gelebt werden, wenn wir anerkennen, dass alles sich permanent wandelt, dass auch Strukturen, die sich bilden, sich nach einer Weile wieder auflösen. Und daraus kann dann auch Weisheit entstehen. Der Dichter Robert Browning, der Pluto in den Fischen stehen hatte, der schrieb mal, was die Jugend für Kristall hielt, erscheint dem Alter nur als Tau. Also auch dieses Thema des Festwerdens und des Sich-Auflösens. Ein wichtiges Fischethema ist also die Transzendenz. Und das bedeutet sehr konkret einfach wirklich zu erleben, dass Formen sich wandeln. Sie kommen, sie formieren sich und sie lösen sich auch wieder auf. Auch in dieser Grafik sehen wir ja hier diese ganzen vielen Einzelaspekte. Wir sehen diese Teilwahrheiten, diese ganzen verschiedenen Punkte, wie sie sich hier zeigen, dann formieren sie sich, bilden anscheinend jemand und auch das löst sich nach einer Weile wieder auf. Was wir ganz oft auch in den Fischen sehen, ist das Thema Legendenbildung. Die Niederlage von Alamo, manche haben vielleicht den Film noch mit John Wayne gesehen, so ein Klassiker, wo er diesen David Crockett spielt, der erst von Walt Disney zu Davy Crockett und zu dieser mystischen Figur gemacht wurde. Und auch Alamo, dieses Vor, was dann gegen die Mexikaner eine Weile gehalten wurde und dann eben im Zeichen der Fische Anfang März gefallen ist und alle Verteidiger wurden getötet. Das war an sich der Versuch, Mexiko Land wegzunehmen und das wird heute als texanischer Freiheitskampf glorifiziert. Und eben auch diese Figur Davy Crockett, wenn man das mal googelt, dann sieht man auch, also Disney und so weiter hat da auch eine überlebensgroße Figur draus gemacht. Also dieses Thema Fische es taut, es gefriert wieder, das dient eben auch der Bildung von Legenden. Am 5. März 1946 beschwor Churchill einen eisernen Vorhang in einem Vortrag in den USA. Und das wird gemeinhin auch als der Beginn des Kalten Krieges gesehen. Das passt eben auch zum Thema Fische, wo es ja auch begann. Der Krieg ist kalt. Die Fische sind kalt und ab und zu wurde dann auch von Tauwetter gesprochen im Kalten Krieg. Interessanter Weise. Das heißt, wir sehen, auch diese Qualitäten finden sich in mundanen Ereignissen in Weltpolitik wieder. Und die Elizabeth Barrett Browning, die war später dann die Ehefrau des vorhin schon genannten Robert Browning, die hat hier geschrieben, Wenn wenn du mich lieben musst, so soll es nur der Liebe wegen sein. Sag nicht im Stillen, ich liebe sie um ihres Lächelns Willen für ihren Blick, ihr Mildsein, für die Spur, die ihres Denkens leichter Griff in mir zurücklässt, solche Tage zu umrendern. Denn diese Dinge wechseln leicht in dir, Geliebter, wenn sie nicht sich selbst verändern. Wer also näht, der weiß auch, wie man trennt. Leg auch dein Mitleid nicht zugrund, womit du meine Wangen trocknest. Wer den Schritt aus deinem Trost heraus nicht tut, verkennt die Tränen schließlich und verliert mit ihnen der Liebe Ewigkeit. Ihr sollst du dienen. In diesem Gedicht finden wir ganz viel von den Fischen. Wenn du mich lieben musst, nur der Liebe wegen, also als ein Stellvertreter, etwas, was der Liebe wegen geschieht und nicht, weil es einen Grund hat und das auch am Ende der Liebe Ewigkeit erwähnt wird. Und der sollen wir dienen. Das Transzendente, das ist es, worum es letztlich geht. als geistige Essenz der Fische. So, dann habe ich noch etwas mitgebracht. Und zwar die Frage, welche berühmten Mordopfer waren Fische? Hier haben wir Sharon Tate, das war die Ehefrau von Polanski, die hatte einen Inkarnationspunkt in den Fischen. Und hier haben wir die Nicole Brown Simpson, die Ehefrau von O.J. Simpson, die hatte den Intuitionspunkt in den Fischen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was diese beiden Mordfälle gemeinsam haben, es waren extrem brutale Morde und es entstand auch rasch eine Legendenbildung um diese Mordfälle herum. So wie ich das zum Thema Alamo und Davy Crockett vorhin schon gezeigt hatte. In beiden Fällen standen dann auch die Ehemänner mit unter Verdacht. Bei Polanski verlief sich das dann. Der O.J. Simpson kam dann ja auch selbst ins Gefängnis. Und wie wir eben gesehen haben, sind die Mordbilder in aller Öffentlichkeit ausgestellt. Und ich habe noch relativ gemäßigte Bilder ausgewählt. Es gibt noch viel schlimmere. Das heißt also, die Grenzen dieser beiden Frauen wurden total aufgelöst. Und sie wurden im Tod, also wirklich, es wurde quasi rangezoomt und man sah jedes Detail ihrer Ermordung. Und es ist eben auch ein Thema, dass da hübsche Frauen regelrecht massakriert wurden. Also auch die Auflösung einer glorifizierten, attraktiven Fassade. Jetzt lassen wir uns noch mal weiterhin schauen, was ist also im Einzelnen die geistige Essenz der Fische. Wir sehen also, die Fische befinden sich im Stirnzentrum. des Menschen. Es geht also um das dritte Auge. Es geht um Intuition. Und es geht um das hohe Selbst. In seiner idealen Form. Und jetzt schauen wir uns mal Beispiele an. Wie läuft die Individuation im Zeichen der Fische ab? Individuation, also die Selbstwerdung, ist wirklich das Herz der Sternenstabastrologie. Es geht hier darum, dich dabei zu unterstützen, zu werden, was du bist. Und da schauen wir jetzt mal hin, was bedeutet ein Inkarnationspunkt im Zeichen Fische. Ein Inkarnationspunkt ist technisch gesehen, wenn das neunte Haus im Zeichen Fische beginnt. Da wir aber in der Sternenstabastrologie, in der Rechtsdrehung schauen, wenn es um Individuation geht, geht es immer um Rechtsdrehung, gehen wir von dieser Spitze des neunten Hauses dann ins achte Haus. So, und Menschen mit dem Inkarnationspunkt in den Fischen sind zum Beispiel Erich von Däniken. Dem wird ja alles Mögliche nachgesagt. Manche halten ihn für jemanden, der große Wahrheiten über Außerirdische auf der Erde offenbart. Andere halten ihn schlicht für einen Lügner. Manche sagen auch, dass er bewusst Wahrheit mit ein wenig Lüge gemischt hat, um nicht getötet zu werden von denen, die nicht wollen, dass bestimmte Dinge rauskommen. Alles das wären auch Fischethemen. Angelina Jolie hat einen Inkarnationspunkt in Fischen und es gibt ja kaum eine größere Projektionsfläche auch, was also Hollywood angeht in ihrer Generation und eben auch dieses Geheimnisvolle und was eben auch da mit reinspielt, ist, dass sie ja auch so eine satanistische Seite hat, also da auch mal mit gespielt hat und möglicherweise auch zu bestimmten Kreisen gehört. Der japanische Regie-Star Akira Kurosawa hatte auch einen Inkarnationspunkt in den Fischen. Ja, wer ihn nicht kennt, der hat zum Beispiel den Film Die Sieben Samurai gedreht, der also zur Legende wurde und dann in Hollywood als die glorreichen Sieben ein Remake erfahren hat. Und auch andere seiner Filme wurden zum Teil in Hollywood dann auch neu verfilmt und er ist also stilbildend für das japanische Kino des 20. Jahrhunderts gewesen. Ja, und auch sehr geheimnisvoll oft seine Filme, auch dieser ganz berühmte Film Rashomon zeigt dieses Thema Fische, dieses Fischeherz, denn da sieht man, dass alle Figuren nur einen Teil der Wahrheit sagen und an bestimmten Stellen auch Lügen und das ist ein ganz großes Fischethema auch. Julia Roberts ja wie Angelina Jolie auch eine Ikone Hollywoods hat auch den Inkarnationspunkt in den Fischen aber auch Menschen wie Nisagadatta Maharaj also einer der großen Erwachten aus Indien hat den Inkarnationspunkt in den Fischen das heißt also auch dieses Herz was sich eben bedingungslos öffnet und er war ja derjenige der gesagt hat wenn ich erkenne dass ich alles bin dann ist das Liebe wenn ich erkenne dass ich nichts bin dann ist das Weisheit und zwischen diesen beiden fließt mein Leben das ist auch sehr Fische mäßig es gibt verschiedene Wahrheiten verschiedene Perspektiven und das eine selbst zu dem er vorgedrungen ist ja die Sharon Tate hatte ich vorhin schon erwähnt die ja dann im Rahmen dieser Charles Manson Bande da ermordet wurde auch noch schwanger also wirklich ein eins der tragischsten Mordopfer aber auch die man so unter prominenten im 20. Jahrhundert finden kann mit einem Inkarnationspunkt in den Fischen hat auch Papadoc Duvalier gelebt das war also jahrelang ein brutaler Diktator auf Haiti also auch das ist etwas was man im Zeichen Fische finden kann also diese komplette Moralfreiheit oder Amoralität mit der Charakterdarstellerin Anna Magnani der ersten Italienerin auch die einen Oscar gewonnen hat finden wir hier eine weitere Schauspielerin und auch sie zeigt natürlich wie Angelina Jolie und Julia Roberts dass Fische auch eine extreme Tiefe entfalten kann und eben auch in der Lage ist die verschiedensten Facetten in einem Charakter auch dann zu verkörpern was wir auch mit einem Inkarnationspunkt in den Fischen hier sehen ist der aktuelle Papst Franziskus der ja auch eine mehr oder weniger mysteriöse Vergangenheit hat und auch mit seinen Bezügen zu den Jesuiten aus denen er ja entstammt Fragen aufwirft er war ja eben auch während der Militärdiktatur in Argentinien dort für die Kirche tätig und es werden ihm so einige Dinge auch nachgesagt aber das interessante ist sie bleiben alle irgendwie unter der Decke Liv Tyler ist ja auch sehr populär geworden durch diese Rolle in Herr der Ringe ja diese Elbin ja also auch etwas Transzendentes etwas nicht menschliches zu verkörpern und diese bedingungslose Liebe die sich auch opfert sie opfert ihre Unsterblichkeit für den Aragorn für diesen Menschen in den sie verliebt ist auch das also ein würdiges Beispiel für den Inkarnationspunkt in den Fischen William Blake der große englische Dichter hatte auch einen Inkarnationspunkt in den Fischen und er sagte ja mal diese Welt ist zu arm um auch nur einen Samen hervorzubringen ja ihm ist also bewusst wie oberflächlich das Leben hier auf der Erde in der Regel abläuft und er benennt das auch in seiner Poesie Ursula Andres ist wahrscheinlich wenn sie jemandem im Gedächtnis ist dann als Bond Girl wie sie aus den Fluten entsteigt ja in einem dieser älteren Bonds mit Sean Connery ja und dieser Bikini und dieser Gürtel und dieses Messer was sie da trägt also das ist natürlich auch also aus dem Meer entstiegen also auch das Fischethema da sehr sichtbar und dadurch ist sie auch zu einer Ikone geworden also auch dieses Legendenhafte wieder so dann schauen wir mal was bedeutet ist wenn wir einen Initiationspunkt in den Fischen haben ja der Initiationspunkt ist technisch gesehen die Spitze des fünften Hauses wobei wir hier eben dann auch ins vierte Haus in der Rechtsdrehung hineingehen das ist der Punkt der Initiation wo es dann darum geht zu dem Erwachen zu dem was wir im Herzen gefunden haben am Inkarnationspunkt dann auch zu stehen und das zu vertiefen mit einem Initiationspunkt in den Fischen finden wir hier zum Beispiel Robin Williams der war ja auch sehr wandlungsfähig und nach seinem Tod hatte man das Gefühl man wusste vieles gar nicht von ihm also dieses Clowneske auch und hinter dem sich ja offensichtlich sehr viel Traurigkeit auch verborgen hat und auch Sucht Sucht ist ja auch ein Thema was man oft in Fischen findet Nicole Kidman es ist ganz erstaunlich also wie viele Schauspielerinnen sich hier finden und letztlich belegt das eben auch das Thema der Fische denn das ist ja ein Fischethema ja die Leinwand und auch die Täuschung ja dass da jemand ist und eine Rolle spielt und wir das da auf der Leinwand sehen und in Wirklichkeit ist da aber niemand oder im Fernseher ja früher haben ja noch die Leute die das nicht kannten dann gedacht ja wie sind denn diese Männchen da reingekommen in den Fernseher es ist einfach ein Geheimnis und das heißt diesem Geheimnis auch zu dienen das ist Schauspielerei und eben auch ein bisschen das Wirkliche abzubilden aber es ist eben eine Abbildung dann haben wir auch Wladimir Putin mit einem Initiationspunkt in den Fischen und wenn wir einen Politiker in der heutigen Zeit haben der eigentlich schon zu Lebzeiten sowas wie eine Legende ist dann ist das ja Putin ja kaum jemand wird so als Held oder eben auch als Bösewicht gefeiert beziehungsweise verdammt wie eben Putin ja ist also der perfekte Darsteller für diese Präsidentenrolle und er kommt ja auch aus dem Bereich der Geheimdienste also er war ja selbst beim KGB FSB und auch in leitender Position und auch das ist ja Fische ja also das Verborgene das aus dem Verborgenen Wirken dann haben wir auch die Schauspielerin Natalie Portman und auch sie ist ja jemand die sehr geheimnisvoll wirkt auf eine Weise die auch ihr Privatleben ziemlich unter Verschluss hält und die auch eine gewisse Faszination des Geheimnisvollen auslöst wenn wir sie auf der Leinwand sehen Napoleon hatte einen Initiationspunkt in den Fischen ja und auch er hatte dieses Thema zum einen des Mythos ja der Legendenbildung es gibt ja sogar Forscher die behaupten es hat ihn nicht mal gegeben ob das stimmt oder nicht aber es wird über ihn gesagt das heißt also auch da dieses Thema der Legendenbildung und dann hat man natürlich die zweimalige Verbannung auch auf Inseln im Meer ja also das Wasser was ihn dann da gefangen halten sollte und zum Wasser passt natürlich auch noch der Initiationspunkt Fische auch das Natürliche ja dass er seiner Josephine hieß sie glaube ich geschrieben hat damals Ne te love pas je reviens also wasch dich nicht ich komme zurück also dieses natürliche Aromathema dann haben wir auch noch Grace Kelly auch eine dieser Legenden und Legenden im Tod ja sie ist ja durch einen Unfall dann gestorben auch da munkelt man sie könne ermordet worden seien und so weiter ja aber auch sie war schon zu Lebzeiten eine Ikone und dann natürlich erst recht da sie dann eben auch noch auf diesen Adelsthron per Heirat gestiegen ist Jim Carrey findet man auch mit einem Initiationspunkt in den Fischen ja und er ist ja einer der Hollywood Stars die sich auch mit Spiritualität beschäftigen ja also Schüler von Eckhart Tolle der ja auch sehr fischig daherkommt und eben auch Jim Carrey wo ja man auch merkt es ist vieles einfach auch Täuschung ja und das ist eben auch ein wichtiges Thema und natürlich auch ein begnadeter Schauspieler auch dieses Thema der True Man Show ja wo er ja auch in dieser völligen Täuschung lebt dass er der Hauptdarsteller einer Fernsehserie ist und ihm das nicht auffällt in der Rolle interessantes Beispiel für den Initiationspunkt in den Fischen ist natürlich auch Bruce Jenner der sich dann ja in Caitlyn Jenner um geformt hat sagen wir es mal so also diese Transgender Geschichte ja wir sehen ja wenn wir hier nach rechts schauen auf den Fischen da sind zwei es gibt immer diese zwei Seiten und es ist auch dann der Versuch auf der körperlichen Ebene ja Initiationspunkt ist ja der Eintritt in den Körper auf dieser körperlichen Ebene eben beides irgendwie zu verwirklichen und daran letztlich auch ein Stück zu verzweifeln dann haben wir Sigmund Freud mit einem Initiationspunkt in den Fischen und es gibt ja kaum eine schillerndere Gestalt im Bereich der Psychotherapie als eben den Gottvater der Psychoanalyse den Sigmund Freud und auch da ist ja vieles im Dunkeln es gibt ja auch biografische Hinweise dass er eben auch mit Suchtmitteln ja massiv zu tun hatte und auch mit Morden die vertuscht wurden auch das ist natürlich ein Initiationspunkt in den Fischen also davon zu kommen mit Dingen wo andere Leute erwischt werden auch so was Psychopathisches kann das haben Amanda Lear war so eine Pop-Ikone Model und Sängerin in den 70er Jahren und auch bei ihr gab es Gerüchte sie sei eigentlich mal ein Mann gewesen sie war ziemlich groß oder ist ziemlich groß ich weiß nicht ob sie noch lebt aber und sie hatte so eine tiefe Stimme auch beim Singen und das hat eben auch diese Gerüchte ausgelöst dann haben wir den Marquis de Sade als Vertreter des Initiationspunktes in den Fischen ja und da sehen wir auch die diese Auslotung aller Möglichkeiten des Physischen eben auch in Abgründe des Negativen und der Perversionen hinein ja auch das ist eine Art wie eben ein Initiationspunkt in den Fischen gelebt werden kann und dann haben wir noch eine Ikone hier Debbie Harry die Sängerin der Band Blondie die ja dann auch als Schauspielerin immer wieder in Erscheinung getreten ist auch als Jazz Sängerin und Debbie Harry hat eben auch dieses ikonenhafte ja sie hat ja gerade zu Anfang der Karriere auch mit dieser Marilyn Monroe Nummer kokettiert ja so ganz blondiert klar Blondie und dieses geheimnisvolle im körperlichen ja und das hat ihr natürlich auch bei ihren Comebacks dann geholfen ja und auch dieses Maria was sie dann noch gesungen hat ist ja auch ein riesen Hit geworden dann und hat zu dieser Legenden Bildung ja noch mehr beigetragen so dann kommen wir auch zum Intuitionspunkt in den Fischen der Intuitionspunkt ist technisch gesehen der Aszendent ja nur dass wir eben auch von diesem Aszendenten aus dann wirklich aufsteigen also in der Rechtsdrehung weitergehen nur wenn wir eben auch am Inkarnationspunkt und am Initiationspunkt zuvor unsere Arbeit in der Rechtsdrehung getan haben nur dann findet überhaupt dieser Aufstieg in dem Bereich des Hohen Selbst statt und jetzt schauen wir mal was passiert wenn dieser Intuitionspunkt in den Fischen liegt da haben wir zum Beispiel den Papst Benedikt den 16 wenn das nichts sagt das ist der Herr Ratzinger dieser wir sind Papst die Bild Zeitung damals geschrieben hat und der der erste Papst ist der zu Lebzeiten abgedankt hat und der nach wie vor im Vatikan lebt das heißt irgendwas ist da gelaufen und es wird auch unterm Deckel gehalten also es gibt ein Geheimnis ja man munkelt natürlich das hat irgendwas mit Pädophilen und mit Morden und so weiter zu tun aber man weiß es nicht genau dann haben wir die Marguerite Durat das war eine französische Schriftstellerin die in Indochina aufgewachsen ist und die dort auch sehr früh sexuelle Erfahrungen gemacht hat also in dem Roman der Liebhaber hat sie das auch verarbeitet der dann auch verfilmt wurde dadurch ist sie glaube ich einem sehr großen Publikum auch bekannt geworden und das heißt da steckt natürlich auch so ein Missbrauchsthema drin was sie aber auch auf eine gewisse Weise kaschiert und so tut als ob das irgendwie eben ganz natürlich war dass sie so früh auch sexuelle Begegnungen hatte dann 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 haben wir den deutschen schauspieler Heiner Lauterbach da ist auch wieder dieses thema legende natürlich auf einem etwas anderen niveau etwas anderen level aber Heiner Lauterbach gehört auch zu den ikonen unter den deutschen schauspielern und er hatte natürlich auch ein sucht thema das also Alkohol ist ja ein bekanntes thema in der biografie von Heiner Lauterbach dann haben wir auch die Nicole Brown Simpson die hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt die eben ja wohl von ihrem Ehemann von dem OJ Simpson ermordet wurde und eben auch auf extrem brutale Weise also ich habe Bilder gesehen die habe ich euch nicht gezeigt das ist einfach nur krass also auch dieses totale Auflösen von Grenzen die totale Auflösung des menschlichen man erkannte sie ja kaum noch als die Frau die sie vorher war nach ihrer Ermordung dann haben wir Thomas Hobbes auch als Vertreter eines Intuitions Punkt in den Fischen Thomas Hobbes war ein Mathematiker aber auch ein Philosoph und natürlich ganz wichtig auch ein Staatstheoretiker also er hat zum Beispiel den Souverän ganz klar als den König gesehen also er trat für eine Art natürliche und aus seiner Sicht auch gottgegebene Ordnung ein hat sich auch mit Bibel Analyse beschäftigt hat zum Beispiel gesagt Mose kann nicht der Autor des Pentateuch gewesen sein hat sich mit vielen Geheimnissen des Lebens beschäftigt und eben auch viele Wahrheiten herausgefunden und auch natürlich Mythen und Legenden geschaffen die zum Teil heute ja noch akzeptiert sind wie der Gesellschaftsvertrag dann haben wir Whitney Houston die ja eine auch zu Lebzeiten schon Gesangsikone war und deren Tod in der Badewanne ja auch und Drogenthemen das ist natürlich alles Fische ja und Whitney Houston ist eben ja auch eine von denen wo man eben sagt da könnte auch die Industrie nachgeholfen haben man brauchte sie nicht mehr und man wollte mit ihrem Tod eben dann auch noch Geld verdienen sie soll ja vorher auch um Hilfe gebeten haben dass sie eben davon ausging ich soll ermordet werden ja aber es hat nichts genützt also auch das ist so ein Fische Thema ja dieses sich dem Schicksal widersetzen funktioniert nicht Herbie Hancock einer der berühmtesten Jazz Pianisten ist auch im Zeichen Fische angesiedelt mit dem Intuitionspunkt ja auch Richtung Free Jazz Jazz Rock also auch Grenzen überschreitend auflösend transzendierend unterwegs Elisabeth Kübler-Ross da ist natürlich auch das Thema des introvertierten Jupiters also dieses Todes Themas bei ihr natürlich ganz wichtig ja mit ihrer Sterbeforschung mit der sie ja auch ganz bekannt geworden ist Edward Bach der Begründer der Bach Blüten Therapie das ist ja auch was sehr feines feinstoffliches das passt natürlich auch zu den Fischen Demi Moore hat einen Intuitionspunkt in den Fischen ja und sie ist ja auch auf interessante Weise in Erscheinung getreten ja zum einen durch diese Ehe mit diesem sehr viel jüngeren Schauspieler und auch indem sie dann ja sich Brüste hat machen lassen und dann in so einem Sex Filmchen auch aufgetreten ist ich hab den Namen gerade vergessen aber der dann auch die Goldene Himbeere gewonnen hat also auch so am Rande von Skandalen und eben auch ja Grenzen auflösen das ist eben auch so ein Thema bei ihr dann hat man den Pablo Escobar das war ja eine Zeit lang einer der reichsten Männer der Erde kolumbianischer Drogenbaron ja der Drogenfische ja und irgendwann ist er dann ja doch von der CIA FBI Truppe dann da gestellt worden und dann auch erschossen worden ja also auch ermordet worden er hat natürlich auch selbst viele Menschen ermorden lassen aber auch da ja wieder dieses Thema Tod und Legende auch er ist natürlich eine Art Legende wenn auch eben der eher dunkleren Seite und dann hat man die Jeannie Longo das ist die erfolgreichste Straßenradfahrerin aller Zeiten ja also so der weibliche Eddie Merckx wobei sie also mehr Rennen gewonnen hat als er es jemals vermocht hat und ihr wird zum Beispiel auch Doping nachgesagt was ja im Radsport sehr weich verbreitet ist auch Lance Armstrong hat ein interessantes Fische Thema übrigens aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen ja das heißt bei ihr ist auch dieses Thema Legende Fische und auch über Grenzen gehen also im Sinne von auf Grenzen auflösen dass sie nämlich nie aufgehört hat Rennen zu fahren also die Frau ist heute 60 oder so und soweit ich weiß startet sie immer noch bei Rennen und auch das ist natürlich ein interessanter Aspekt von dem Thema Fische also Auflösung auch so und wenn du magst schau doch jetzt einfach mal nach ob in deinem Horoskop Punkte deines Individuationstrigons im Zeichen Fische liegen und wenn du möchtest schenke ich dir meinen dreiteiligen Videokurs in dem du mit gratis Werkzeugen lernst dein Horoskop mit allen Parametern der Sternstopp Astrologie also samt deines Individuationstrigons und seiner Herrscher für dich zu erstellen und auch zu zeichnen ja kostet dich keinen Cent musst dir keine teure Astrologie oder Grafiksoftware dafür kaufen hol dir einfach diesen Kurs und ich zeige dir wie das geht wenn du es aber lieber gleich ganz genau wissen willst dann hol dir deine eigene individuelle Individuationsanalyse ja live mit mir und mit Aufzeichnungen über die derzeit beste Software für diese Zwecke die Zoom heißt und statt früher nur eine Session mache ich das inzwischen in zwei Sessions ja in der ersten beginnen wir mit deiner Individuation mit deinem Erwachen das ist eine Stunde Coaching über dein Individuationstrigon und dann wenn du das so ein bisschen verinnerlicht hast dann steigen wir in die zweite Session ein wo wir deine Sterne uns in deinem Körper anschauen und eben auch herausarbeiten wie du das dann leben kannst ja lass uns mal hinschauen was passiert genau in dieser ersten Session in dieser Session zum Erwachen ja zu Beginn und zum Ende mache ich eine Messung deines Bewusstseins Zustands erkläre dir das auch dass du siehst wo du stehst und dann erfährst du dein Erwachen und zwar genauso wie es sich an deinem Inkarnationspunkt zeigt ja wir werden also sehen dass die Art und Weise wie du dein Erwachen erfährst wie du erfährst wer du wirklich bist dass das exakt deinen Inkarnationspunkt widerspiegelt in dieser Session arbeiten wir dann auch heraus welche Herausforderungen dich am Initiations und am Intuitionspunkt erwarten und in dieser Zeit arbeiten wir dann auch gemeinsam deine Hausaufgabe heraus um also deinen Individuationsprozess dann im Alltag in der Praxis in den kommenden Wochen anzugehen das ist also nicht einfach nur so ein bisschen Astro bla bla sondern das ist ganz konkret und auch zum Umsetzen für dich und du wirst dann sehen wie sich das direkt in deinem Leben zeigt und wenn du das dann einige Wochen viele Klienten lassen sich auch sogar einige Monate Zeit geübt hast wenn du also dein Individuationstrigon in deinem Körper in deinem Alltag integriert hast dann schauen wir uns das Ganze noch viel tiefer an und du siehst da ja rechts im Bild diese Körpergrafik wo du also siehst wie dein Horoskop sich ganz exakt im Körper abbildet und da erfährst du viele Details und Hintergründe dazu wie genau deine Individuation sich durch deine drei Selbste und deine sechs Hauptzentren also Herz Solar Plexus Sakral Wurzel Stirn und Kehle in deinem Körper ausdrücken will also eine Verfeinerung und Vertiefung der Strategie die wir in der ersten Session erarbeitet haben und außerdem schauen wir da natürlich dann auch rein wie es in deiner aktuellen Lebensphase und auch in der aktuellen Zeitqualität ausschaut das sind dann 90 Minuten Strategieanalyse zu deiner Körpergrafik und hier haben wir die Erfahrungen einer Klientin mit diesen beiden Sessions sie schrieb schon nach der ersten Session sind bei mir neue Aspekte meiner selbst aufgetreten und schon einen Tag danach ist mein Körper in einen Reinigungsprozess eingetreten für die Aufgabe auf was ich bis zum zweiten Termin achtsam sein sollte hat mir das Leben genau diese Gelegenheiten geschickt um in die Anwendung zu gehen ja ich habe diese Gelegenheiten auch genutzt und in der zweiten Sitzung durfte ich dann zweifelsfrei durch deine Erklärungen erkennen warum meine Geschichte so abgelaufen ist wie es war da doch immer wieder viel Unsicherheit in mir geschwungen hat weiß ich nun weshalb das so ist und war und wie ich es nun wirklich und ganz verändern kann und auf den Prozess des Lebens vertrauen darf wenn du es also angehen willst hol dir hier jetzt deine eigene individuelle individuations analyse mit diesen beiden sessions die du natürlich auch zu einem angenehmen kombi preis von mir bekommst ich hoffe diese reise durch die individuation in den fischen war für dich inspirierend und freue mich wenn ich dich in den live analysen auch persönlich kennenlernen darf ansonsten freue ich mich natürlich auch wenn du das video oder auch den artikel teilst in dem du dieses video gefunden hast bis dahin alles ist liebe